das ist die dritte reingehen schweißen schweißen auch die GmbH und schlüsselt die größe und die Welt neben ist bei ihr gehen die die kriegst du nicht hin Tja. Der hier. Ähm, zieht da jetzt noch was? Kannst du jetzt noch irgendwas anklicken? Ja. Ah, der zieht, der zieht das jetzt? Genau, und jetzt kann man... Stärker ziehen! Und den noch! Los, zieh! Jetzt haben wir ihn! Jo! So, zweiter Schlüssel! Wozu, auch immer der ist! Gibt's denn noch irgendwo, Nick? Ja, nach unten, genau. Wir gehen nur immer nach unten. Oh, was ist das? Hui, wo ist das denn? Ein Lutscher! Erzähl uns die Geschichte! Hahaha. Okay! Er ist am Motivier gerade. Wie ist das denn? Wird nicht gegengeschoben sind mit Bäumen! So, und dann? Okay, jetzt hat er uns erzählt, dass da kamen Sterne auf den Himmel... Wird nicht gegengeschoben sind mit Bäumen! Oh, nee! die Uhr der Ziele Ziele ist gleich okay das haben wir schon geguckt aber wir wollen ja alles mitnehmen bei dem Let's Play hier und wollen alles gucken na ne 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 wie nix ach so wieder oben okay kann man hier was anklicken nein dann gehen wir noch da unten und weiter nach unten her auch was ist Stachelfiecher kann man da unten weiter? was ist das denn? ähm ähm ui oh böse also bei dem Video kann man auch nicht so viel erzählen jetzt ich will einfach das so ein bisschen laufen lassen man klickt zwar was an und dann will ich die Geschichte so ein bisschen nicht die Rätsel kommen aber wenn man hier läuft dann kann man ja nichts reden aber bei den Rätseln dann gehts ja richtig los uff was ist denn jetzt? komm also kann man die nachwacken lustig lustig hui hä so weg oh ferns noch was? ok die haben wir jetzt wahrscheinlich ne Karte? ja ne die Karte ist hier da sind wir hä äh öh öh wir gehen aber kurz mal weiter los ja und weiter und weiter mal hier oben ging es noch weiter genau oh was ist denn das? öhm öhm öh öh komm hier um was anderes komm hier weiter gehen öh 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 Hey! Ach so! Oh! Oh oh! Du ver geht's jetzt hin! Tja! Oh nein! Schlatsch! Also schwimmen sie oben! Tja! Ah, wir sollen wieder einen auswählen! Okay, dann nehmen wir erstmal... Hier! Den hier! Also... War das schon das Richtige? Oh! Schade! Ich hätte die anderen gerne rausprobiert! Ach! Oh, falsch! Haha! Den? Hey! Okay, ich muss schneller machen! Ich glaube, du hast eine bestimmte Anzahl von Klicks! Ah! Eins, zwei, drei... Der vier Klick mal kannst du klicken! Ach so, eins, zwei, drei... Und da ist der Bruder! Okay! Ja, reicht aber auch nicht! Hä? Haha! Jetzt hab ich's! Was ist das denn? Ah ja! Ja, hab an! Juhu! Jetzt brauchen wir noch ein bisschen der Bruder! Jetzt müssen wir noch einen finden! Wir müssen die Eiche da! Aufschließen! Ja, kann man? Ich glaube, wir brauchen erstmal alle Schlüssel! Ach so! Kannst du noch weiterlaufen? Kannst du noch weiterlaufen? Ja! Dann gehen wir direkt weiter! Nein! Was ist das denn? Okay, wir können nicht weitergehen! Was war das denn? Zeigt er mir auf der Karte irgendwie auch noch einen Boss an? Hier? Ne, hier ist das eine Ding, was wir nicht kriegen! Aber wir können doch, glaub ich, noch irgendwo... Hier hochgehen! Genau! Hier war... Guck mal, Federn! Klopp! Jetzt haben wir wieder eine neue Karte bekommen! Ah, das sind die Freunde von unserem Fliegeding! So, dann gehen wir weiter nach oben, ne? Oh, ne, ich doch nicht! Oh, da! Oh, guck mal, Eier! Ach so! Oh! Ja! Egal, jetzt gehen wir nach oben, oder? Pssst! Ach! Ja, dann gehen wir halt erst auf oben! Geh mal erst auf oben! Und dann gehen wir nach gucken! Ja, einfach hin und her laufen, genau! Na, guck mal! Sogar ein Braunseil ist dabei! Unweißes! Was ist das denn? Was ist denn? Der ist noch unten? Ne, egal! Was passiert mit dem? Oh! Wieder! Ui! Hat die Ding einfach neue Eier wieder! Ach so! Okay! Aber das andere Ding! Hast du runterge... Ah! Da ist es doch! Was macht der da? Plupp! 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 Oh! Oh, drei neue! Hm? Drei neue! Oh! Aber was sind das? Mut... Mutierte! Oh! Der gibt mir einen Schlüssel! Oh! Jetzt brauchen wir noch diesen einen da! Hm! Einen Schlüssel nur noch! Wir wissen ja wo der ist! Aber kann man das vielleicht mit so einer Karte aktivieren? Und... Kann man so eine Karte nehmen? Weiß weiß ich! Keine Ahnung! Und einfach so... Hm! Man muss doch irgendwas mit den Karten machen können! Was ist das denn? War der gerade schon da? Hab den gerade nicht gesehen? Äh! Ich hab den nicht gesehen! Ah! Wir haben was neues bekommen! Okay! Aber man muss doch mit den Karten was machen können! Wo war das denn nochmal mit dem Ding? Das war weiter unten, ne? Hä? Äh! Warte unten! Hier runter! Da! Da! Da lang! Hier lang! Hm! Kann man da langlaufen? Nö! Ja ich will ja nur! Ich glaube man kann da nicht langlaufen! Weil... Der muss doch irgendwie noch weg! Die schreien! Ja der muss doch irgendwie noch weg! Aber wir können ja nicht weiter! Deswegen... ...rennen wir mal hier runter! Und da hinten war doch das mit dem Ding! Glaub ich gewesen, ne? Hier drüben! Kann sein! Ich bin mir aber selber nicht sicher! Ja doch! Wenn wir jetzt hier... Ah ja! Hier hinten! Da ist er! Hm! Ja was machen wir denn? Man kann auch nichts anklicken! Hm. 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 Vielleicht wenn er... springt... Nee! Zu v... Hm. Passiert auch nix Ich weiß nicht Hier kann man zwar alles anklicken, aber hier kann man dann noch nicht weiter Und da ist der letzte Schlüssel, den wir brauchen und der verfolgt uns Ja, bis wir noch da Kann man die jetzt... Hier kann man auch nicht weiter, ich geh nochmal hier runter Hier war auch nix weiter Hier war das Wir kriegen Schlüssel jetzt So, hier geht's ja auch nicht mehr weiter, das ist die ganze Ebene, die wir hier haben Hier haben wir einen Schlüssel her Da haben wir einen Schlüssel her Hier Bei den, bei den Hier ist der einzigste Schlüssel noch Ja, ist auch der letzte Schlüssel noch Ist wie viel mit denen irgendwie... keine Ahnung Ich klicke den jetzt tot, aber... Ja Schon probier, wenn der jetzt in dem Moment springt Ja, ne, passiert nix Töne Hhhhh Hhhhh Töne Dürfen wir weg Töne Hhhhh Hhhh Kann ich den anklicken und in die Feder? Die Schlüssel musst du auch irgendwo suchen. Ah, der macht den gleichen Ton. Aber... Irgendwie... Kann... Kann man hier Hilfe drücken? Ne, überlegst du da speichern. Hm... Aber sonst war hier nix mehr. Wir brauchen den Schlüssel. Aber irgendwie will das nicht. Piu... Ja, ne kurze Frage. Hoch kann man nicht mehr. Hier unten kann man auch nix mehr. Ja, toll. Piu... 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 Das hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Ne, 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 Spaß. So. Piu... 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 P Die Karten, das ist, ich weiß nicht, Stachbar kann die dann benutzen oder sowas, weißt du? Wenn man die dann hat, die... Scheint doch nur Errungenschaften, einfach nur. Hm. Hm. So, was muss ich da ja machen? Hm, ich weiß nicht, was man da machen muss. Hm, hm. Ist doch blöd. Hier kann man auch nichts drücken, also ist es das Letzte hier. Was passiert, wenn du ihn anklickst? Dann wackelt er so komisch. Hm. Keine Ahnung. Aber man kann auch nichts nehmen hier. Irgendeinen Trick muss es auch geben. Ja gut, du kommst, hab ich. Oh, nein, du kommst, hab ich. Ach so, der erzählt uns die Geschichte. Ja, ist ja gut. Ach so, die können uns... Können die uns helfen? Ich weiß nicht, der erzählt die Geschichte, wenn... Das war ich hier, der... Wahre... Hier, der. Wenn wir jetzt hier den nehmen? Da muss man einfach nur draufklicken, der... Blinkt dann auch so auf. Ah, der blinkt so auf. Kann man hier... Vielleicht im anderen Fenster dann. Vielleicht blinkt dann einer auf. Vielleicht kann man die dann doch benutzen. Die nicht, die nicht. Die nicht, die nicht. Die auch nicht, die auch nicht. Der blinkt auf. Der will uns was sagen. Hm. Aber der sagt uns jetzt auch nichts so Besonderes. Der sagt uns einfach nur... Nuh, 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 sagt der uns. Ja, dass einfach Bäume da gewachsen sind, wo die Sterne runter sind. Hör mal. Irgendwie hilft es uns gerade überhaupt nicht weiter. Nee, nicht wirklich. Nuh, 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 nuh. Nuh, 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 nuh. Nuh, 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 nuh. Nuh, 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 nuh. Ist das jetzt gespeichert? Ja. Überschreiben, ja. So, okay. Dann beende ich erstmal die erste Aufnahme. Ist leider jetzt nur 40 Minuten geworden. Machen wir mal eine 20-Minuten-Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss. Tschüss.